Moin Leute, heute geht es darum, warum ich das Google Pixel 6 doch eher overrated finde und warum ich es nicht nochmal kaufen würde. Der erste Grund sind definitiv die Updates und die ganzen Softwarefehler, die es mit dem Pixel geradezu released gab. Falls irgendjemand das nicht mitgekriegt hat, es gab einfach nur hunderttausende Bugs und es kamen immer immer wieder neue auf. Die wurden zwar teilweise behoben, aber ich stolpere immer wieder bei der Benutzung von meinem Pixel über solche Softwarefehler. Und nach so vielen Monaten nach Release sollten eigentlich die meisten Bugs behoben sein, sind sie aber leider nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr enttäuschend. Der zweite Grund sind meiner Meinung nach die Kamera. Denn in vielen Reviews, die ich mir angeschaut habe und generell war das Klima um die Kamera einfach sehr, sehr gut. Und wenn ich mir jetzt die Kamera angucke, dann denke ich mir, ja, die sieht ganz gut aus, aber in dem 600 Euro Handy müsste eigentlich schon noch besser sein. Punkt Nummer 3 ist der abnormal schlechte Fingerabdrucksensor. Und wirklich, ich mag ihn auf so viel Ebene nicht, denn er ist super langsam, ungenau. Und wenn man ihn einfach mit anderen führenden Handyherstellern vergleicht, dann gibt es in günstigeren Handys viel schnellere und bessere respondende Fingerabdrucksensoren. Und das darf eigentlich auch nicht sein. Außerdem war ich auch ein bisschen von der Software enttäuscht, weil es war einfach nur stinknormales Android 12. Es war nichts Besonderes für das Pixel. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass der Hype, der um das Pixel gemacht wurde, meine Enttäuschung so ein bisschen vergrößert hat. Weil die ganzen Reviews, die ich mir angeguckt habe, waren extrem positiv. Beispielsweise ein No-Review, der hat das Ding ja wirklich schon noch hochgelobt. Und ich muss halt sagen, ja, es ist halt okay, aber es ist nicht gut. Also, ich würde es auf jeden Fall kein zweites Mal kaufen, sondern eher zu irgendeinem mehr erfahrenen Handyhersteller wie Samsung gehen. Aber was soll ich sagen? Ja, das war es soweit, warum ich das Pixel 6 nicht wieder kaufen würde. Falls ihr auch noch Gründe gegen das Kaufen eines Pixels habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich werde sie anpinnen. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video.